Kreis mitgekommen. Kreis mit Verstärkung. Michael Naseban telefoniert mit dem aufgebrachten Staatsanwalt. Herr Staatsanwalt, Sie glauben doch nicht, dass wir mit der Presse gesprochen haben. Die haben bestimmt wieder Polizeifunk mitgehört. Es geht hier um Diskretion. Und Tatsache ist, dass in letzter Zeit immer wieder Sachen aus diesem Ermittlungsverfahren an die Presse gelangt sind. Ohne, dass wir was herausgegeben haben. Und das darf wohl nicht sein. Na ja, ich sehe gerade, hier kommt ein anderer Anruf rein. Also, wir müssen das Gespräch leider beenden. Ich melde mich dann wieder, ja? Gut, ich verstehe. Ja, aber ich sage Ihnen eines, Herr Naseban. Das letzte Wort in dieser Sache ist noch nicht gesprochen. Ach, Wiederhören. Naseban K11. Wer reicht denn? Scheiße, ich bringe meine Frau jetzt um, die denn mit flügt. Hallo, wer ist denn da? Können Sie mich hören? Ja, sicher. Ja, mal ganz ruhig. Es gibt doch für alles eine Lösung. Wir werden Ihnen bestimmt helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Hören Sie, jetzt hören Sie doch mal auf mit dem Mist. Was soll das denn? Hallo? Hat der jetzt einer seiner Frau erschossen, oder was? Hat sich so angehört? Ja, ich brauche die Adressatur-Telefonnummer. Aber schnell, ja? Ja, Michi, was gibt's? Alex, hier hat gerade eben einen Typ angerufen. Der war total außer sich und hat gedroht, seine Frau umzubringen. Ja, ich habe dann versuchte ihn zu beruhigen und dann ist ein Schuss gefallen. Von wo kam der Anruf? Die Leute heißen Peters, Barbarossa Straße 2. Alles klar, wir fahren hin. Und Leute, seid vorsichtig, ja? Der Typ ist bewaffnet und wahrscheinlich noch im Haus. Ja, sicher, Michael. Bis nachher. Ja, ciao. Hallo, hallo Sie. Sind Sie von der Polizei? Da im Haus ist eben ein Schuss gefallen. Ich bin Polizeireporter. Ich weiß nicht, wo die Polizei bleibt, aber ich frage direkt mal nach. Ja, tun Sie das. Ich klingle mal eben bei meinen Nachbarn. Wir sind von der Kripo. Ries. Krass. Na endlich, der Polizeireporter ist auch schon da. Er wollte sich gerade erkundigen, wo Sie bleiben. Der Polizeireporter. Woher wissen die immer so schnell Bescheid? Ja, Funk abgehört. Okay, um den kümmern wir uns später. Haben Sie irgendjemanden aus dem Haus kommen sehen? Nein, niemand. Ich habe nur den Schuss gehört und wollte nach dem Rechten sehen. Kennen Sie die Familie Peters? Ja. Haben Sie Herrn Peters gesehen? Nein, was ist denn mit ihm? Ja, jetzt bleiben Sie erst mal ganz ruhig. Sie bleiben draußen. Wir gehen da rein, ja? Ja, wir gehen. Und sie ist tot. Ich seh mich hier oben, Mama. Warte mal! Gerrit, das könnte der Ehemann sein. Und der Ehemann war weg, als ihr gekommen seid? Ja, wir müssen ihn ganz knapp verpasst haben. Alex gibt gerade eine Erfahrung raus. Kannst du denn schon was sagen? Ja, also der Todeszeitpunkt, würde ich mal sagen... Ja, den Todeszeitpunkt kennen wir. Ja, den Kopfschuss siehst du ja auch. Hier, das ist eindeutig eine Stanzmarke. Es handelt sich also um einen aufgesetzten Schuss, hier im Hinterkopf. Das ist die Ausschussöffnung. Über eine Hinrichtung. Könnte man so sagen. Ja, wie es hier so aussieht... Alle Töter, wo, recht wütend. Ja, Michael hat noch versucht, ihn am Telefon zu beruhigen, aber... Dann will der Schuss. Die Fahndung läuft. Michael konnte die Handynummer des Ehemanns ermitteln. Jetzt können wir nur hoffen, dass er sein Handy auch anhat, damit wir es ordnen können. Was ist das denn? Der Timer der Toten. Die hätte heute eigentlich noch einen Termin gehabt, mit einem Manuel Lese, das ist ein Rechtsanwalt. Termin bei einem Anwalt? Vielleicht war das der Auslöser für die Tat. Es kann doch sein, dass sie die Scheidung einreichen wollte. Er ist durchgedreht und... Das kann gut sein. Und jetzt? Jetzt sollen die Kollegen erstmal mit den Anwohnern und diesem Reporter sprechen. Ja, bloß, dass dieser Reporter nicht mehr da ist. Er hat sich nicht von der Nachbarin aufhalten lassen. Dieser blöde Pressefuzzi, der weiß wahrscheinlich ganz genau, warum. Der hat mit Sicherheit unseren Funk mitgehört und wusste, dass das Ärger gibt. Keine Angst, den kriegen wir schon. Ja, aber jetzt sprechen wir erstmal mit diesem Anwalt, vielleicht kann der uns da weiterhelfen. So, bis bitte. Ciao. Tschüss. Und Sie möchten wirklich nichts trinken? Danke. Dann wünsche ich viel Spaß. Ich... Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Die beiden sind gute Freunde von mir. Sie kennen sich also schon länger? Seit der Uni. Ich war immer als Taufpate vorgesehen. Aber leider ist es beim Kinderwunsch geblieben. Und wie lief die Ehe der beiden? Ganz gut? Waren die beiden glücklich? Höhen und Tiefen, wie bei allen anderen auch. Aber... Sie passen gut zusammen. Sie haben sogar eine... Sie hatten sogar eine eigene Firma. Anlageberatung. Sehr erfolgreich. Mhm. Haben Sie ja eine Ahnung, wo der Ehemann sein könnte? Das weiß ich wirklich nicht. In den letzten... ...ach bestimmt vier Wochen... ...hatte ich keinen Kontakt mehr zu Ihnen. Lutz Peters hat seine Frau nicht getötet. Tja, aber... Das glaube ich keine Sekunde. Warum sollte er das tun? Aber es sieht alles danach aus. Und was wollte Freya Peters heute bei Ihnen? Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Wir haben in Ihrem Timer einen Eintrag gefunden, dass sie heute mit Ihnen verabredet war. Davon weiß ich nichts. Vielleicht wollte sie spontan vorbeikommen. Kann ja sein. Ja, aber... Würde sie einen privaten Besuch eintragen in Ihren Timer? Hören Sie, was erwarten Sie, dass ich Ihren Job mache? Vielleicht was... ...sogar irgendwas Berufliches. Schließlich vertrete ich die beiden ja auch. Möglicherweise wollte sie einen Rat. Oh. Entschuldigung. Hat Lutz Peters vielleicht ein Wochenendhaus? Er hat kürzlich eine Wohnung gekauft, ja? Und wo ist die? Offenbarjörg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dahinter ist. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Denn wenn er den Flughafen benutzen würde, dann hätten wir ihn. Gibt es denn irgendeinen anderen Ort, wo er sich verstecken konnte? Nicht, dass ich wüsste. Herr Lese, überlegen Sie nochmal. Es ist wirklich wichtig, dass wir ihn finden. Hören Sie, ich weiß es nicht. Und wenn? Ich würde es Ihnen sagen, glauben Sie mir. Okay, machen wir schon. Gerrit, wir müssen los. Das Handy von Lutz Peters wurde geortet. Okay. Falls Ihnen noch irgendetwas einfällt, rufen Sie mich an. Mach ich. Wiedersehen. Wiedersehen. Hier. Ja. Das ist der Wagen des Ehemanns. Aber wo steckt der? Oh nein. So ein Mist. Was denn? Sein Handy. Mann, der kann längst über alle Berge sein. Ohne sein Handy, aber keine Möglichkeit, ihn ausfindig zu machen. Das muss er wohl gewusst haben. Sonst hätte er es nicht hier gelassen. Er muss ja davon ausgehen, dass wir ihn suchen. Vielleicht hat er auch einen anderen Wagen genommen. Nee. Ich glaube nicht, dass er geplant hatte, seine Frau umzubringen. Und woher sollte der so schnell einen zweiten Fluchtwagen haben? Glaube ich nicht. Ich hab keine Ahnung. Gerrit. Er ist tot. Sieht nach Selbstmord aus. Ich informiere mich halt. Aber warum hat er sich beim Wald umgebracht und nicht zu Hause, wo er seine Frau erschossen hat? Ja, der war doch total durch den Wind. Wahrscheinlich ist er rumgefahren und irgendwann hat er eingesehen, dass er richtig Scheiße gebaut hat. Ich hab die Home-Videos auf DVD ziehen lassen. Super langweilig. Ist der Bericht der Sprüsi schon da? Ja, steht drin, dass der Peters Schmauchspuren an der Hand hatte und auf der Waffe waren nur seine Fingerabdrücke. Und die Person ist eindeutig dieselbe, mit der auch seine Frau erschossen wurde. Das steht fest. Ist ja ziemlich eindeutig. Allerdings. Aber was war der Auslöser für das Drama? Keine Ahnung. Die Nachbarn beschreiben das Ehepaar als ruhig und harmonisch. Und auf diesem Video ist das auch nichts Interessantes drauf. Man ist jetzt gerade auf irgendeiner feuchtfröhlichen Feier. Und auch den Sieg stoßen wir drei jetzt erstmal an. Ich hab's gewusst. Am Ende wird alles gut. Stopp mal, Robert. Schuck mal. Hast du das gehört? Der Peters Lispelt. Du warst doch dabei, als der hier gestern angerufen hat. Da hat der nicht gelispelt. Bist du sicher? Na klar. Das wäre uns doch aufgefallen. Der Typ, der hier angerufen hat, das kann nicht der Ehemann gewesen sein. Sondern irgendeine dritte Person. Vielleicht irgendjemand, der den Mord einer Frau, dem Mann in die Schuhe schieben möchte. Aber ihn deshalb zum Waldrand zu locken, ihn umzubringen und das Ganze wie selbst mal aussehen zu lassen? Vor allem, warum? Warte mal. Hier seht ihr das? Die Ehefrau hat das Bein von dem Anwalt angetoucht. Das habe ich auch schon gesehen. Das ist ein Freund von den beiden. Und zweiten sind ja auch alle ein bisschen angeschwipst. Das sah mir aber nicht nach Freundschaft aus. Also du meinst, sie hat mit dem Anwalt ein Verhältnis und er wäre vielleicht auch die dritte Person? Ja, hundertprozentig. Ich fahr da gleich mal hin. Der hat auf jeden Fall was damit zu tun. Da gehe ich jede Wette ein. 50 Euro. Komm. Was ist mit der los? Ja gut, ich brauch das Geld. Alles klar?